also müssen wir ja eh hin wenn wir da den bale suchen wollen oder bale ja findet bale in was wir haben das für eine herrungenschaft ich glaube die christian wendet paar pilze anschießt und dann weiß ich nicht das wäre achievement von steam so warte ist das eine gute idee der steht da mittendrin ja ich überlege gerade aber wir können ja auch nicht vernünftig an die vorbeilaufen wobei ich lauf mal ich lauf mal alleine ist ja gewaltig in einen zwickmühle geladen bleibt wo ihr seid ich hole euer beutel gott recht da wie das im teleport kreis und das teppich ich glaube ein teppich vor jedem schreiben so viel verkehrt dein bär ja habe ich gerade ja ach ich schicke den mal weg ich kann irgendwie gerade nicht in der beutel ja ich weiß nicht wie komme ich jetzt gut dahin ich will es jetzt nicht ausprobieren wobei hier an den linken könnte ich es ausprobieren aber dann ist hier erstmal alles voller spuren warte mal ich gehe mal ein bisschen weiterhin ich habe es auch gesehen ich kenne mein glück ich probiere es und dann macht direkt eine boom achte nur darauf dass du dich sofort vom pilz entfernt wenn sich einer aufbläht ich habe es hilft zu sprechen wahrscheinlich nicht da ist ja schon gar nicht mehr nah an die dinger das will ich speichern die wahre erleuchtung ich will ich gerade wie man am besten jetzt an dem vorbeikommen könnte an dem komischen pilzen weil das ist ja schon soll das so funktionieren ach wenn du in deren nähe stehen lassen gehen die ich bin plötzlich wieder auf ach schon die reagieren auf bewegung aber ich frage mich gerade wie nah kann ich ran das ist ja gut wir haben noch einen pilz an dem man es testen könnte hier links stehen wenn ich wüsste ob ich hüpfen kann dann würde ich das ja machen eigentlich versprühen die ja nur dieses zeug gut eigentlich darf ich sie nur nicht anschießen oder sehe ich das falsch aber du hast doch gespeichert oder ja okay okay dafür schlecht bildspuren durch das feuer ach warte mal ich habe jetzt gar nicht gesehen wo war da offenes feuer war da ein lagerhof feuer oder eine fackel muss wohl warte mal ja ah sehe ich schon ich glaube auch wenn die fackel nicht wären würde der in den hohen untergehen wenn die sich ausbreiten du könntest ja einmal so ausprobieren was soll ich das denn hab ich das denn ... ... ... ... ... ... ... ... Okay, die breiten sich immer aus, die Sporen. Naja, lass das mal. Ich wollte gerade mal eine Wasserflasche halt werfen. Okay. Ja, aber der kriegt ja erstmal zum Schaden von den Sporen, auch wenn die nicht brennen. Ja, ich wollte zumindest halt die Fackel ausmachen, damit die nicht explodieren. Weil ich glaube, der hat auf jeden Fall Angst. Ich kann mir vorstellen, das Feuer ist auf jeden Fall kacke. Egal wie. Ja, aber auch ohne das Feuer stirbt er. Naja, die Fackel auszumachen kann auf jeden Fall nicht schaden. Äh, werfen. Ja, das war's. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Wollt euch 20. Und dann geht's. Ja, ich weiß. Und dann geht's. Wollt euch dans die Tür. Wollt euch das? Ich weiß das, was wir machen. Wollt euch schon mal. Was ist das? er hätte es geschafft okay wie kommen wir an diesen scheiß ja also mein zu fliegen aber ich werde trotzdem die fackel ausmachen weil sie bis das nicht geheuer mit der fackel spielt ja gar keine rolle da nicht auslösen die pilz guck mal wo die fackel ist hin zu fliegen schön weit weg von den pilz wenn wir schon wenn ich schon fliegen habe das hat man aber wie ich denn jetzt wahrscheinlich hat jetzt bewegungszauber und es hat boom gemacht er fliegen bringt eigentlich auch nichts weil sie sind ja nicht gar nicht so hoch naja aber bringt das denn was wenn du schleichst und wir das machen und tut dann näher an die pilze an und so dass die gleiche ich denn ok anscheinend nicht hat er gerade gemacht und mit mir ist nicht einfach ja aber schleichen bringt ja nichts mein probierst mal aus wenn du vorsichtig da durchschleicht er beendet ein schleich nur durch das was ich sieht ich will leben hatte überhaupt hier hier vier leben ja was ist wenn wir ihn reilen das hat er auf jeden fall mehr leben ich wusste ich habe gar nicht auf sein leben geachtet ich habe nicht gewusst dass er nur vier hat ich telegenese zauber oder irgendwie sowas so naja die fackel mache ich trotzdem aus so oder ab der hunden modus vielleicht das bringen könnte ja ich glaube nicht ich bin bereit ich bin bereit ich bin bereit ich bin bereit ein nebelschritt haben wir auch nicht doch ich habe nie beschrieben ich habe amulett aus kaskern gut das kann auf jeden fall trotzdem nicht schaden er macht nix ich bewege mich auch nicht ach der daneben schritt das sind zwei schriftfolge neben schritt kannst du eine werfen ich weiß nicht geht das stapelteilen guck mal jetzt kann er sich heilen bitte ich hab dir gerne geholfen was habt ihr auf den kopf gekriegt hier wird gleichlich verwirrt was macht ihr da unten schriftvoller unsichtbarkeit spiel mit dem feuer like in the fire burn in the fire wäre eigentlich interessant gewesen kard einfach mal reinlaufen zu lassen dann müsste die ganze geschichte auch abfackeln eigentlich die rechte leiste blitzball bang 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 4 schaden 4 schaden 6 schaden 8 schaden einer hat überlebt ganz rechts in der ecke da hat ein pilz überlebt ich hab keine ahnung ob jetzt hier irgendwas besonderes war ich gebe die kritis des kraut mit alles der botte asche was ist denn da ja das war es vielleicht kriegen wir jetzt eine nette belohnung drei neue rezepte drei neue rezepte gleich dreien auf einmal so ich hoffe jetzt auf eine belohnung ich gehe jetzt mal ein bisschen zurück weil wir sind jetzt gerade noch hier in der nähe ja wobei na komm na wir sind jetzt eh hier ok es ist ein wunder dass er überlebt hat ihr solltet ihn nach hause bringen äh so das wäre geklärt nun sagen wir wirklich hier unten wo was was sie wirklich wollen ja so das wäre geklärt nun sagt mir was ihr wirklich hier unten wollt äh wieso ist der so kostbar hausfall warum nicht ok eine belohnung kashikos macht der trainer wird zusätzlich 1 d4 schaden mit wurfangriffen und mit den angriffen die mit improvisierten waffen durchgeführt werden ah ich hab noch mit denen reden was sagt er denn jetzt ah er ist wohl sein meister was ist das für ein tiefes loch das ist auch ein händler na wo willst du hin wenn doch nicht weg vielleicht sollte ich dein bern mal wegschicken ja ich mach ich auch gleich ja wobei wir wollen ja gleich raus wie seid ihr überhaupt da reingeraten wenn ich mir schon Hmm Okay Wie seid ihr da dringelandert? Nobelstork Ja Nobelstork Mushroom Gut stuff Und die Ledge Ja Ich war auf der Ledge Ich schlug ein bisschen Und ich schlug Das ist schlecht Man kann mit ihm handeln Der hat aber nix Was ist Edelsteils eigentlich? Was ist Edelsteils eigentlich? So Wo bist du? Du bist noch da hinten Ich starre in ein bodenloses Loch Hallo Achso dieses Loch Das hab ich noch nie angeklickt Gibt da keine Option Wie reinspringen oder so? Ich kann nur Hallo rufen Ich könnte literally einfach Auch den Skill benutzen Aber Ich glaube es bringt auch nichts Geht nicht Geht nicht Aber da war in der Ecke So ein Stelzenpilz Den er meint Aber der ist glaube ich verbrannt Oh Oh ja Pech gehabt Ich hab uns mal in einen Kampf verwickelt Ja Na toll Zeichen des Jägers Das Vieh kann fliegen Äh Dunkle Sicht Blindsicht Gelegenheitsangriff Mehrfachangriff Fliegend Okay Das Vieh 252 Kilo Äh Aber ist alles unentressant Äh Okay Oh nein Echt jetzt Wo ist die ominöse Verstärkung Ich weiß es nicht Bisschen die Befürchtung Dass das das Loch ist Oh man Trifft doch nie Machen wir es kurz Und schmerzhaft Ja Irgendwas interessantes Ein Haken Kann man fixieren Lass mich der Haken an der Sache Ja richtig Genau dieser Haken Ein Wegpunkt Äh Da ist wieder ein Feind Wo ist der Ach der ist auf dem Ast drauf Okay Erstmal den Wegpunkt holen Ach so ist er Du musst bald rasten Ja Da sind noch mehr Viecher Können wir hier auf den Baum drauf gehen Ach so Da ist der Ja Und der hat eiskalten Vorteil Oh da hinten ist ein Eine Person Hä Ein Traum Wo denn Ja Nicht angegriffen wird Hä Dann spielt er so einfach Mit dem Hakenviech Hä Da oben In Gächo Ach da Wer ist da Wer ist das denn Hylrote vergessen Der ist sehr böse Ich weiß aber nicht Ob wir den angreifen sollen Weil ich glaube Naja Also das ist Fuck Der hat jetzt eiskalten Vorteil Ne Ich glaube Den nächsten Skill Den ich mit Schattenherz Irgendwie mache Ist irgendwas mit Besser Treffen Irgendwie trifft die ja gar nicht Mal Warten mal Das los Ach Ein Stärk Blindsicht Ja Der hat nichts besonderes Ja doch Man kann es nicht blenden Ja Okay Gut Hat der jetzt auch Verstärken Rufen gemacht Ja Ja Bei dem ist das Problem Da sind noch andere Viecher in der Nähe Aber ich glaube Die kommen nicht Ah Nein Dein Koppel ist im Weg Oh da habe ich auch Erfolgreich Positioniert Ah Jetzt kommt der Ich habe das Gefühl Wir bleiben hier oben Darauf Da haben wir einen leichten Vorteil Wenn wir Den erledigt haben Das ist noch mal ein Pfeil und Bogen Der nicht trifft Toll Ah Ah Jetzt kommt Philo auch Ich bleib mit dem Bären mal hier Philo hat er vergessen Ach der ist auf der anderen Seite des Asses hochgegangen Ach der ist auf der anderen Seite des Asses hochgegangen Ich glaube ich blockiere mal den Weg damit er in dem magischen Blütenblätter stehen bleibt Ja Der hat was von Hexe geredet Und ich glaube er die Hexe meint die ich auch meine Okay da hast du dann totgesprungen fast nur zwei leben okay empfindlichkeit gegen rason das war enttäuschend ich kann nicht weg ich habe auch keine heilung gerade so Ticket! 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 ich kann ja auch nichts mehr machen wahrscheinlich greift er jetzt schatten herz an ja ja du brauchst ein bisschen heilung da gebe ich dir recht wirklich Schöner Schuss. Ich bin extra jetzt weggegangen oder ist er jetzt immer noch im Weg? Ist da noch ein Fade? Ja, so ein bisschen. Oh, geht doch. Batsch, immer weißt du drauf. Okay. Ich hatte ein bisschen Angst gehabt, dass er jetzt hier hoch springt. Aber nur ein bisschen. Schau dir mal die verkuckelt leichter an. Ich gehe mal vielleicht dahin, wo er gelebt hat. Ich habe eine gekritzelte Notiz. Verstreute Notizen in chaotischer Schrift. Der Schützer. Wächter der Adaman-Schmiede. Auf Magma entstanden. Durch Magma zerstört. Heiß. Hammer. Heiß. Hammer. Oh. Darunter ist eine kleine Karte gezeichnet, auf der mehrere X-Markierungen zu sehen sind. Folgende Worte sind darunter gekritzelt. Dürren weiß bescheid. Dürren weiß Bescheid. Dürren weiß Bescheid. Hier ist die Notiz. Die war orange. Tagebuch aktualisiert die Adaman-Schmiede. Hm. Noch ein Haufen. Und da ist eine Kerze. Die Atte. Eine unfertige Beschwörungsschrift auf der Bissspuren und Greifer zu sehen sind. Einige Worte lassen sich noch entziffern. Skaren Xen Zweck Magma 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 Das letzte Wort habe ich sogar falsch gelesen. Es war zu viel Magma im Spiel. Vermutlich ist die Brändelleiche nicht wieder, aber gut. Ich will sowieso nicht mit dem Mörder reden. Ist jetzt hier noch einer? Zu stark beschädigt. Mir kann Schweinelände. Wollen wir mal eine Rast machen? Jaa Und mann? So langsamer. So ein langer Rast vielleicht. Oho. Hat mir das mitstanden.